Jo Leute, wir zurück zur Tollcraft Whopper mit Juice Careful! Yeah! Juice! 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 Das hört sich mal gut an! Ach du! Oh shit, nicht! Oh ne! Ach du kack! Erstmal das Spawnpoint setzen, ne? Erstmal, erstmal Spawnpoint setzen! Erstmal Spawnpoint setzen! Jetzt guck mal nach unten, Markus! Ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen! Ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen! Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier auf bestes Star Trek? Ich hab's schon gesehen! Was passiert, wenn ich noch ins Wasser falle? Ah, das ist Eis! Schön! Oh mein Gott! Boah, du bist auch auf der Ecke gestorben! Ich bin auch auf der Ecke gestorben! Ja, ja, ja! So ist das! What the fuck, es geht schon los! Oh no! Oh no! Oh no! Boah! Wir warten bis alle da sind! Such mir jetzt ein anderes! Wasser-Ding aus! Ich hab gemeint, es ist Wasser, aber es ist Eisblöcke! Ha! Ach so, das sind ja auch Eisblöcke! Fuck! Sind das Wasserblöcke oder Eisblöcke? Ich bin jetzt in irgendeiner Zwischenebene gelandet! Manche sind Glasblöcke, manche nicht! Du musst aufpassen! Jetzt hat er unten hin! Okay! Manche muss sitzen! Ja, der sitzt! Und der sitzt auch! Aber du die Zwischenebene wie Nipzin nimmst, Alter! Ich hab ein Trophäe gefunden und ich bin im Hub! Ich hab ein Trophäe gefunden! 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 Oh ja! Genau! Wir haben's! Drei, zwei, eins, go! Voll in die Scheiße! Ja! Ich spring mal einfach rein! Boah, das ist eine Toilette, Alter! Voll hässlich! Alter, verpiss dich! Danke, Markus! Das müsste reichen, das reicht, das reicht nicht! Oh nein, ich bin tot! Ja! Oh yes! Unter dem Klon geht es einfach weiter! Oh, du kannst... Oh! Okay! 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 Oh, Mist! Das sieht zu bieterlich aus! Oh, na scheiße! Oh, na scheiße! Voll! Mit dieser Luft, Alter! Die behindert! Ah, jetzt weiß ich, wohin muss! Ja! Okay, okay! Ich hab's gecheckt! Ich hab jetzt die ganze Zeit! Alter! Das ist jetzt nicht schnell genug, ne? Ja! Hast du zu spawnen da unten gesetzt? Ja! Aber was du behindert? Ja, jetzt kannst du es mal... Dankeschön! Oh nein! Ach du Scheiße! Wie aab is das denn? Da unten ist ein bisschen viel Scheiße! Mach mal larven! Bisschen viel Scheiße! Bisschen viel Scheiße! Bisschen viel Scheiße! Karte fällig, bitte! Versuch's! Soll ich nicht mal hoch teleportieren? jetzt dagegen geknackt ist jetzt ja er ist hier jetzt vorhanden warum sterbe ich will ich jetzt so unten aufschlage oder das einfach nicht ganz gut vor allem lädt es nein nein wir machen einfach so den toilettentieftaucher ja online das reicht nein das reicht nicht nein ach kommmann man für das auch geschafft alter letzten tieftaucher ist so viel wert so viel besser geht nein da unten ist auch alles mega klein gehalten einfach nein das gibt's nicht jetzt bin ich unten und was jetzt ich habe zu weit ich bin zurück ich habe die trophäe ich habe die trophäe und ich habe wieder gewonnen das ist langweilig da war noch eine damals sogar mir ist gut oder die schön oder so was haben wir jetzt denn es ist das für falsche seite ja habe ich auch die scheiße wird spornfreund und abgeht ich habe nichts gutes 3 oh nein 321 das ist nämlich den weg er hat nur tot meine aber richtig an aber richtig einer richtig ich bin tot alter behindert nahe zwei sich mal kacke ein erst richtig einer ist richtig und ich bin dort der heiland gekettt richtig abgerächtig richtig richtig vertrete ich war richtig und ich bin tot ach ich glaube ich habe den trick ich habe den trick das ist kein trick das ist es ist kein trick ich bin tot naja das ist ja verkehrt ey ich leck richtig 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 tot eine kante getroffen das schaffe ich auch die ganze zeit oh richtig schön auf die kante gesprungen naja das war wieder das verkehrt also theoretisch weiß ich jetzt welchen weg ich nehmen muss aber ich schaffe es nicht weil ich mich so doof anstelle so hier 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 nein aha Markus machst du überhaupt was ich bin tot nein das ist das verkehrte becken immer beim vierten fähig oh nein ok 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 wie das war ich treffe mal die kante ja ich habe auch zweimal die kante getroffen 1 2 3 4 5 überlebt nein nicht überlebt so knapp so schuld ach ok bist du auch nicht weit gesprungen verbrannt so hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin und jetzt weiß ich es nicht mehr auch fuck 1 2 3 4 5 wasser nein so knapp 1 2 3 4 5 ah ich verpasse jetzt mein wasser so knapp ah da also bin ich jetzt auch schon 1 2 3 4 5 und wieder verpasst ich habe es gesehen 1 2 3 4 5 kannst du so schlecht abschätzen wo du hinfallen musst ich bin mal ein block daneben ja ich auch 2 3 ah kante oh oh ok hey marcus warst du das gerade da unten mit mir ja oh nein ich stehe im wasser bin aber tot ich auch oh wie assi ist das verbrennen wir auf dem weg da nach unten oder was nein eigentlich nicht sicher das reicht gerade eigentlich das reicht gerade eigentlich m ach scheiße gibt es noch einen anderen weg der funktioniert nein ich glaube nicht ich glaube es funktioniert einfach echt nur der weg und du musst den genau perfekt machen so klappt ne so true ah das ganze becken ist nur wasser ok jetzt habe ich es gelöst das war so viel die ganze zeit zu treffen ich war so viel die ganze zeit das kleine zu treffen das habe ich schon aufgegeben und bin zu schlecht dafür oh ja mir fehlt auch ein block ok oder ich verstehe da im Grunde oh mein Gott juhuuu sieg ja man ne jetzt ne jetzt ne jetzt zack jetzt bin ich aufgerinn ach come on ah fuck on ja Fudo hat's da drauf ja ich hab's auch geschafft doch Fudo war schneller juhuuu so dann dürfen wir einmal alle wieder herkommen Fudo 1 und das war auch Ende dieser Aufnahme Magus ist einfach wieder gestorben Juhuuu wie viel haben wir denn noch habe ich noch geschossen zu gewinnen bestimmt 1 2 3 4 5 6 so perfekt reicht sogar noch Magus ist einfach noch die Schoss gewinnen und das sehen wir bei der nächsten Aufnahmesession dann das heißt wenn ich jetzt noch einen gewinne ne 2 wenn ich noch gewinne habe ich es entschieden eigentlich genau aber dann müsst ihr natürlich unter euch noch austragen das heißt wir spielen es auf jeden Fall fertig würde ich sagen auch wenn ich schon sicher gewonnen habe bis zum nächsten Mal würde ich sagen Servus Tschö Alles Gute See you Bye 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 Bye